Auf der Suche nach einer neuen Herausforderung? Bei Simak Techberg entwickelst du die Technologie der Zukunft. Werde Teil der Fördertechnik 4.0. Als Ingenieur entwirfst du bei uns innovative Systemlösungen für weltweite Großprojekte. Projekte, die etwas bewegen. Die die Welt ernähren. Die uns miteinander verbinden. Und eine nachhaltige Zukunft ermöglichen. Zusammen mit unseren Mitarbeitenden auf der ganzen Welt entwickeln, prüfen und installieren wir Förder- und Automatisierungstechnologie der neuesten Generation. Denn den Fortschritt zu gestalten ist das, was uns antreibt. In allen Technologiebereichen und Abteilungen erwarten dich abwechslungsreiche Aufgaben und zukunftsweisende Herausforderungen. Das bedeutet für uns Arbeit auf dem neuesten Stand der Technik. Wir trauen dir was zu. In Eigenverantwortung lernst du deine individuellen Stärken kennen und entwickelst eigene kreative Ideen. Wir machen dir den Einstieg leicht. Und fördern dich. Denn du bist Teil unserer Zukunft. Starte deine Karriere bei Simak Techberg. Jetzt informieren.